Toll dich zu sehen, Jürgen. Susanne, was bietest du mir heute Tolles an? Was ich dir anbiete, Jürgen, das glaubst du nicht. Es ist so fantastisch. Nein, ich glaube es nicht. Es ist ein neues Säuberungsmittel, das wirklich alles gründlich säubert. Jürgen, vergiss Sacrotan, denn jetzt gibt es Erdogan. Nationalreiniger. Ja, meine Damen und Herren, das ist das erste Reinigungsmittel auf Klötenbasis aus dem Hause Spacko. Wow, Susi. Und dieses Erdogan macht wirklich alles, alles sauber? Ja, Jürgen. Schau mal hier zum Beispiel. Das war der Taksimplatz in Istanbul früher. Du siehst hier ein unordentliches Durcheinander von kritischen Elementen und liberalen Bazillen. Und dann einfach ein wenig Erdogan in den Wasserwerfer für euch durchwischen. Und heute sieht der Platz so sauber aus. Dank Erdogan. Wow, das ist ja fantastisch. Und das hält. Und da kommt es nicht zur Bildung von neuer Unordnung. Nein, Jürgen, denn das gibt es mit Erdogan gar nicht mehr. Unordnung? Nein, Bildung. Weißt du, Jürgen, seit auch die Schulen und Unis mit Erdogan gereinigt wurden. Und das überzeugt viele weltweit. Deshalb wird Erdogan auch von der EU gesponsert. Denn, Jürgen, es wirkt wirklich überall. Schau mal hier zum Beispiel. Das ist eine Grenze in Europa. Die sah vor ein paar Wochen noch so aus. Und dann hat man Erdogan angewendet. Und heute ist es so. Ach, Erdogan macht einfach so sauber. Es ist ein Qualitätsprodukt. Und das sagt auch der Erfinder selbst. Merhaba, säubern, reinigen und putzen ist meine Leidenschaft. Aber das Wichtigste beim Putschen ist dem Putschmittel. Ich habe gerade selbst einen verspäteten Frühjahrsputsch angefangen. Und jetzt ist alles sauber. Nach meinem Motto Putschbürste Gülen Erdogan, meh, meh, meh. Also auf Deutsch, Erdogan macht für Sie sauber und für Ihren Partner. Ha, das ist ja wirklich toll. Ja, nein, aber Erdogan ist doch sicher unglaublich teuer. Nein, Jürgen, Erdogan ist unglaublich billig. Für Türken kostet es nur die Demokratie. Und die will ja die Hälfte eh nicht. Für Kurden kostet es nur das Leben. Und für Europa unsere Werte. Oh, so wenig? Geil, davon gibt es ja kaum welche. Ja, ach, Jürgen, da sagst du genau das Richtige. Ich hätte ja auch ein Teleprompter, du Trula. Und deshalb, meine lieben Damen und Herren, entscheiden auch Sie sich für Erdogan. Bekämpft weltweit wirklich alles, außer den IS. Und dazu gibt es gratis noch zwei weitere ätzende Produkte aus dem Hause Spacko. Meine Damen und Herren, Trump, die größte... Ja, ich freue mich über Ihre Begeisterung, meine Damen und Herren. Es ist die größte Flasche Amerikas, die dafür sorgt. Und sie sorgt dafür, dass das ganze Land weiß wird. Und ich habe ja noch was. Meister Putin. Ja, der nicht nur das eigene Land säubert, sondern auch andere. Denn, liebe Zuschauer, Putin macht nicht nur sauber, er geht auch rein. Und alle drei gibt es zum Super-Sonderpreis. Man muss nur die Nummer unterwählen. Aber schnell. Bevor alles weg ist? Nein, Jürgen, bevor es das Wählen nicht mehr gibt. Tschüss. Danke an Susanne Petzold.